Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es sozusagen den Entweder-Oder-Tag. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, aber muss mich für einen davon entscheiden. Das heißt zum Beispiel Pizza oder Pasta. Da würde ich jetzt in diesem Fall Pizza nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich würde dann mal sagen, let's go! Kuchen oder Muffins? Kuchen! Taschen oder Rucksack? Hashtag Team Taschen. Instagram oder Twitter? Ich habe kein Twitter und deswegen Instagram natürlich. Schule oder Ferien? Natürlich Ferien in drei Tagen sind wieder Ferien. Eis oder Kuchen? Ich mag Eis ein bisschen mehr. Lisa und Lena oder Bibis Beauty Palace? Ich bin Lelita und ganz viel Stolz. Ich bin Stolz auf Sie, Mann. Bist du ein Problem? Dann kannst du dich nur um den Tag vergehen. Denn ich bin Lelita und bin Lelita. Freibad oder Hallenbad? In diesem Fall würde ich das Hallenbad nehmen. Kiwi oder Nutella? Also ich würde lieber, glaube ich, Nutella nehmen. Ja, aber Kiwi ist auch sehr lecker. Aber Nutella ist natürlich ein bisschen besser. Gemüse oder Obst? Obst! Unicorn oder Regenbogen? Also ich würde definitiv Unicorn nehmen! Woooo! Zaubern oder Fliegen? Also es macht mehr Sinn, wenn ich zaubern könnte, weil ich dann zaubern könnte, dass ich fliegen könnte. Also definitiv zaubern! Schokolade oder Chips? Entweder nie wieder YouTube machen oder Musical.ly löschen. Musical.ly löschen! Fahren oder Fliegen? I believe I can fly! I believe I can touch the sky. Ein ganzes Jahr ohne Handy oder ein ganzes Jahr ohne WLAN? Ein ganzes Jahr ohne WLAN. Hund oder Katze? Katze! Nike oder Adidas? Oh, es ist das schwerste von allen! Ich glaube, ich nehme jetzt mal Adidas. Aber Nike, ich liebe dich. Bitte vergess das nicht, okay? Okay. Ananas oder Erdbeere? Erdbeere! Haribo oder Chips? Ich würde sagen, ich nehme einfach mal die lieben Chips. Ariana Grande oder Justin Bieber? Ariana! Pizza oder Eiscreme? Eiscreme! Leni oder Danny? Oh, es ist schwer. Ja, ich mag beide sehr sehr doll, aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal Leni. Also Leni. Tanzen oder Singen? Und danke an dich, Alexa, falls du das siehst. Singen! Pizza oder Pommes? Pommes! Musical.ly oder YouTube? Oh, es ist mega schwer, aber ich glaube, ich nehme YouTube. Gummibärchen oder Marshmallows. Ich habe dich auch lieb. Gummibärchen! Kein WLAN oder keine Schokolade. Definitiv keine Schokolade. So Leute, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss! Issst.